Delta GmbH. Wir sind der Spezialist für Prüf-, Sortier- und Nacharbeiten. Als Partner für professionelles Outsourcing bieten wir Unternehmen individuelle und maßgeschneiderte Serviceleistungen. Von der Teile B und Verarbeitung, über Montage und Demontagen bis hin zu Lager- und Logistiktätigkeiten. Bereits seit 1998 arbeitet die Delta GmbH als inhabergeführtes Unternehmen erfolgreich für zahlreiche nationale und internationale Partner. Mit zwei modern ausgestatteten Standorten in Baden-Württemberg bieten wir dientzertifizierte Leistungen mit modernster Technologie und hochqualifizierten Mitarbeitern. Auf über 2000 Quadratmeter Produktion und mehr als 3000 Quadratmeter Lagerfläche beschäftigen wir im Dreischichtbetrieb mehr als 120 qualifizierte Mitarbeiter. Seit mehr als 18 Jahren bieten wir ein umfassendes Paket an maßgeschneiderten Leistungen. Die Qualität unserer Arbeiten steht dabei stets im Fokus. Zur Prüfung und Sortierung sowie Nacharbeit von unterschiedlichsten Teilen setzen wir modernste Technologien und ausgebildete Fachkräfte ein. An allen Standorten übernehmen wir als verlängerte Werkbank fachgerechte Montage- und Demontagetätigkeiten für unterschiedlichste Branchen. Ob Metall, Kunststoff oder Gussteile – in modernsten Werkstätten be- und verarbeiten wir zahlreiche Materialien und unterstützen Produktionsserien in allen Größen. Kundenspezifische Anforderungen und Individualität zeichnen unsere Arbeit aus. Für die Fertigung elektronischer Bauteile übernehmen wir Montagearbeiten wie das Anschlagen von Konfektionsartikeln mit Krimpkraftüberwachung. Wir arbeiten ausschließlich nach detaillierten Vorgaben und produzieren in vollautomatischen Krimp-Centern bis zu 4000 Einzellitzen pro Stunde. Dabei geht es nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um Transparenz und Sorgfalt. Wir sammeln und erstellen individuelle Fertigungsdokumentationen nach Kundenanforderungen. Die hohe Flexibilität und Vielfalt in den Leistungen zeichnet Delta aus. Unter Lohn- und Auftragsarbeiten verstehen wir die Herstellung von Produkten nach individuellen und projektbezogenen Qualitätskriterien und gewährleisten so die effizienten Produktionskosten unserer Kunden. Neben Produktions- und Qualitätsmanagementleistungen bietet Delta eine Vielzahl von Logistik-Services. Auf 3000 Quadratmeter Lagerfläche sortieren, packen und disponieren zuverlässige Fachkräfte. Unsere Mitarbeiter stehen für maximale Flexibilität. Auf Kundenwunsch bieten wir alle Leistungen selbstverständlich auch zeitlich befristet im Einsatz vor Ort an. Gleichzeitig vermitteln wir Mitarbeiter auch auf Dauer an Partner und Kunden. Ganz nach Wunsch!